ah wunderbar so ich habe nicht die geringste ahnung was ich mir da gerade gekauft habe und ob das spiel interessant ist oder nicht aber ja wir sind endlich da prinzessin peach ich hole uns eintrittskarten es sollte nicht lange dauern sie dich doch nicht zwischendurch im foyer um ich melde mich wenn ich die karten habe mich wie alter schwede ist das ist das legge hier der einlass für unser fracht her beginnt bald nur geduld okay tut mir leid dieser bereich ist gesperrt ich bin aber die prinzessin ich schaffe überall hin wir haben immer noch nicht geöffnet der funkeli in diesem theaterstück ist einfach toll seine funkelkraft überstrahlt alles die funkelis sind unsere stars ihr gewisses etwas erweckt die bühne zum leben okay ich habe so dass wir müssen hier mit ein paar ich zeige ihn dir wo ist der laden gut der funkeli hier gefällt mir am besten okay 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 na gut dieses theater ist ja eine wahre schönheit das ist doch schön ich habe so das gefühl wir müssen hier heute sind wir publikum heute sind wir publikum doch der traum eines jeden theatrisch ist selbst zu stehen okay als neue stars haben immer so einen funkelnden blick hier deine karte ganz schön folie oder dann sind die vorstellungen bestimmt toll dann wollen wir mal unser theater stück beginnt bald wir sollten uns zu den plätzen begeben wir haben eine anikundigung für alle besucher des theaters es wird zeit für eine fesselnde forschung der extra klasse mit mir grape jetzt auf einmal natürlich princess peach showtime wo ist mario der gambler ja peach hättest den beiden mal nicht den korb gegeben peach kann sprechen du möchtest wissen was los ist also das sind seltsame gestalten mit masken und sie bringen alle unsere theater stücke durcheinander solange sie da sind können wir das stück nicht aufhören ich weiß nicht also nur einige theater stücke ansehen und bis dann in die ganze sache hin hatten das tut mir leid ich ich muss alles wieder in ordnung bringen aber nein schaffe ich das wohl nicht ich wäre wirklich froh wenn du mir helfen könnte sonst weinst du bist aber hör auf zu heulen wirklich du möchtest helfen oh ich danke dir vielen dank das ist schön ich heiße stella ich bin eine funkelfee die über dieses theater wacht und du bist peach was für ein toller name ich heiße ich heiße das ist kein toller name das ist ein fucking für sich so jetzt Mit Hilfe der Funkelkraft holen wir das Theaterstück zurück, damit die Vorstellung endlich weitergehen kann. Oh mein Gott, wie bewegt! Ich hoffe, das liegt an irgendwas anderem. Die Maskierten halten sich im Feststück auf. Das ist also unser erstes Ziel. Oh nein. Wirklich. Fuck. Das Dornenschloss. Ich will mal was probieren. Ich will mal was probieren. So. 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 Ich will die Konsole eigentlich mal neu starten. Naja, komm. Wird schon passen. Oha. Was haben wir denn jetzt? Das ist also die Fechtgeschichte. Das ist also die Fechtgeschichte. Und tatsächlich stimmt hier etwas nicht. Hm? Oh nein. Was ist denn jetzt los? Jemand wurde verletzt. Oh nein. Ob die maskierten Gestalten dahinter stecken? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe eine Idee. Wir sollten es mit der Funkelkraft versuchen. Was zum Geier. Du hast mir einen Pferdeschwanz gezaubert. Jetzt kannst du mit dieser Schleife die Funkelkraft verwenden, Peach. Oh wei. Los. Dieser Theatry braucht die Funkelkraft. Oh was. 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 Jetzt fühle ich mich besser. Hier siehst du, was die Funkelkraft vermag. Sie erfrischt und bringt alles zum Strahlen. Mit deiner Hilfe und der Funkelkraft können wir alles wieder in Ordnung bringen. Okay. Hier ist wieder alles ganz normal. Das ging aber schnell. Aber wir sehen besser alles nach. Äh, ja. Ab zum Schloss. Das war schon klar. Die ersten Biese. Da sind die Schurken. Die machen wohl immer noch Ärger. Ja, ich habe ja noch nicht mal was gemacht. Ah, wie so ein Ballettding. Okay, verstehe. Ja, das geht. Ganz schön dreist. Ja, schlimm, ne? Ja, ich kann springen. Oh, wei. Münzchen. Hier gibt es eine Abkürzung zum Schloss. Oder gab es sie mal? Wo ist nur der Weg? Ah. Okay, verstehe. Hurra, jetzt kommen wir weiter. Ich glaube, ich werde zu alt für solche Spiele. Das ist gerade ein bisschen zum Fremdschämen. Aber es ist eine lustige Idee. Das ist, ah, ein Funkelkristall. Es ist ein greifbarer Beweis deines Könnens. Die Kristalle strahlen vor Kraft und werden dir sicher noch einmal sehr nützlich sein. Kann das nicht aufladen? Okay. Wir können das Schloss von hier aus schon sehen. Jetzt sind wir bald da. Äh, Peach. Halt dich von den Tentakel entfernen. Das ist böse. Oh nein, der König ist im Schloss. Halt dich nur etwas stärker wäre. Das sah jetzt irgendwie aus. Ich fühle mich unbesiegbar. Das ist doch schön. Das war schrecklich. Danke für deine Hilfe. Oh, okay. Was wohl im Schloss vorgeht? Warte mal. Vielleicht kann ich hier lang? Weiß nicht, ob ich da rein will. Ja, wird wahrscheinlich nur einen Weg geben. Es ist ein Mario-Spiel. Die Bäume standen einmal voller Blüte. Der Münz-Sound ist grausam. Stimmt, die Peach können ja gleiten. Okay, das war lustig. Oh, wei. Oh, wei. Oh, wei. Okay, dann machen wir euch mal stärker. Aber ich habe jetzt ganz vergessen zu gucken, ob die normale Schwerter haben. Und was für Schwerter ich die verwandle. Warte, da fehlt doch einer. Warte mal. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Ah, ich verwechsel die Knöpfe. Das wird ein kleines Problem. Au. Du Lümmel. Aber da haben wir den schon mal. Kann ich auch schneller rennen? Na. Scheinbar nicht. Was für eine unglaubliche Kraft. Das ist die Fechtfunkelkraft, Peach. Gemeinsam können wir sie nutzen, denke ich. Oha. Jetzt werden wir zusammen. Piu, piu, piu. Oha. Oha, Lady. Okay, das hat was. Fechterin Peach. Die Fechterin. Das ist doch... Lass mich raten. Okay, das ist cool. Jawoll. Dieses Können mit dem Degen ist ja enorm. Tja, tschu, tschu, tschu. Oh nein. Oh naja, so halb, halb. So ein halber Naruto Run. Oh, das wird ihm ja überhaupt nicht gefallen. Wir brauchen die Fechterin. Aua. Piu, 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 piu. Victory. Ah ne, da kann ich nicht lange. Okay. Bist du an einer interessant aussehenden Stelle? Dann drücke ZL oder ZR, um zu posieren. Oha. Secret. Oh, Bonusraum. Alle, die FPS sind am sterben. Nintendo, es wird Zeit für eine zweite Switch. Ah, ich kann immer nur gleiche Position machen. Schade. Es wäre cool, wenn es mehrere geben würde. Also, vergleichst du es nicht. Ich habe... Komm her, du Lümmel. Bin ich automatisch ausgewischt? Oh, das wäre ein Ausweich-Button geben würde. Ah, da wären die drei Musketiere. Neidisch. Aua. Können die einpacken, diese Lümmel. Die Musik ist cool tatsächlich jetzt. Na dann. Na dann. Ich hoffe, es gibt viele Level. Mal so, wie es aussieht. Rushen wir gut durch. Der König. Was sollen wir nur tun? Rette unseren König. Kein Problem. Gehört alles zur Show. Yay, ich krieg mein Herzchen wieder. What the fuck? Also, wenn ich jetzt nicht getroffen werden kann, ist das ein bisschen lame. Stirb. Stirb. Ja. Komm her, du großer Lümmel. Au. Au. Ah, okay. Fast fail. Tatsächlich so ein bisschen. Was sich hoffentlich... Was sich hoffentlich nicht komplett durchs gesamte Dingsbums zieht. So. Er hat mal was getrunken hier. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich es extrem angenehm finde, ne? Ja. Was wäre cool, wenn ich einen Doppelsprung könnte? Ich will diese... Kanadien da oben machen. Ah, das... Warte, was? Ah. Ah. Hat die gerade... Ein Rad, okay. Er ist so eine leichte... Ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl... Fuck. Ah, ich habe das Gefühl, da habe ich etwas verpasst. Ärgerlich. Warum ist der König immer so ein Nutzlumpf? Ja, aber ich das sagen. An mir kommst du nicht vorbei. Weiche Gigantchen, indem du mit A springst. Gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aber noch ist das Theater nicht wieder so, wie es vorher war. Ob das an den leuchtenden Fäden des Symbols dort liegt? Die anderen Stücke brauchen sicher auch unsere Hilfe. Komm, lass uns gleich nachsehen. Kann ich jetzt die Fechterin? Hat Spaß gemacht. Warum so wenig? Oha. Ninja, Kunst des Wassers. Showtime. Kunst des Wassers.